hallo leute ja jetzt gucken wir hier mal die babys aus der badewanne wir haben da rote bisschen durchsichtige und so sind hier nur ein paar da sind ja über hunderte drin in der badewanne wollte man zeigen die anderen sind so ein bisschen durchsichtig blau geworden manche sind durchsichtig mit mit roten streifen und da ist ein bisschen mehr blauer drin ihr könnt es ja sehen ziehst es euch rein sehr angenehm paar millimeter groß da ist auch eine ganz kleine naja ist alles voll hier ist alles voll damit wollen wir gar nicht reden die sitzen überall auf dem boden an den seiten in den in den hornkraut drin überall sehr an babys nachwuchs hunderte über mehrere hunderte angenehmes so haben wir eine gewünschte